Jungs und Mädels, was geht ab? Auch in dieser Eventwoche gibt es bei GTA 5 mal wieder einige Belohnungen, die wir uns kostenlos abholen können. Und genau deshalb zeige ich euch im heutigen Video, welche das sind und außerdem natürlich aber auch noch, wie ihr euch diese abholen könnt. Wir fangen wieder mit den Sachen an, die ihr direkt bekommt, sobald ihr in dieser Woche einmal GTA Online spielen solltet. Und das sind aktuell zwei Stück. Und das ist einmal ein T-Shirt, wo Wasted drauf steht und dazu schreibt Rockstar, dass es einerseits das 20-jährige Jubiläum von GTA 3 feiert, andererseits aber auch die Erscheinung der Triologie. Zum zweiten bekommt ihr dann außerdem auch noch das Banshee Racing Design für den Bravado. Wie gesagt, diese beiden Belohnungen bekommt ihr direkt, sobald ihr in dieser Eventwoche einmal GTA Online spielen solltet. 500.000 GTA-Dollar erhalten alle Spieler, die alle drei Finale des Doomsday Heist abschließen sollten. Und das Geld bekommt ihr dann bis zum 21. November auf euer Macebank-Konto überwiesen. Und falls ihr eines dieser drei Finale abschließen solltet, dann bekommt ihr das Atomic Motorsport Design für den Sultan RS Classic. Dabei ist dann aber übrigens egal, welches der Finale ihr abschließt. Das Design erhaltet ihr dann innerhalb von 72 Stunden nach einem Login, nach dem 22. November. Und wenn wir gerade schon dabei sind, der Sultan RS Classic ist ja aktuell auch das Preisverzeug des LSK-Meet. Und dann wieder mal, wie in den letzten drei Eventwochen glaube ich sogar, wieder mal. Alle Spieler, die ihr Konto erfolgreich mit Prime Gaming verknüpft haben, erhalten die LCC Sanctus bei San Andreas kostenlos. Außerdem erhaltet ihr dann auch noch 100.000 GTA-Dollar, falls ihr zu einem beliebigen Zeitpunkt in dieser Woche spielen solltet. Zusätzlich gibt es dann beispielsweise auch noch 70% Rabatt auf den Western Company Bessera und auf den Two Fates Z-Tile. Das waren dann schon wieder alle Gegenstände, welche wir in dieser Eventwoche kostenlos erhalten können. Falls euch das Video hier gefallen hat, dann lasst mir doch sehr gerne ein Abo da. Ihr habt dadurch den Vorteil, dass ihr auch in der nächsten Zeit keine weiteren GTA 5 Videos auf diesem Kanal mehr verpasst. Gleichzeitig würdet ihr mich sehr bei meinem Ziel unterstützen, in diesem Jahr noch die 1.000 Abonnenten auf meinem Kanal zu erreichen. Guckt euch hier links natürlich sehr gerne auch noch das andere Video zu dieser Eventwoche an, genauso wie das Video, das ich hier rechts einblende. Kuss fürs Zuschauen und haut rein! Kuss fürs Zuschauen und haut rein! Kuss für Zuschauen und haut rein! Kuss für Zuschauen und haut rein! Kuss für Zuschauen und haut rein!